Ja, das könnte sein. Ist das vielleicht eine Uniform? Das sieht die ganze Zeit aus wie ein OP-Kittel. Ja, wo waren die... Wo waren die das letzte Mal? Da hab ich mich doch noch so drüber aufgeregt, warum die so komisch angezogen sind. Hier, bist du ein Kolumbianer? Die stehen da. Nee, das ist tatsächlich ein Krankenhausangestellter. What the fuck? Das heißt, die in den rot-weißen Jacken servieren. Ah, was ist denn das? Ein Bus. Ist das vielleicht dein Fahrzeug? Nee, du Pernner. Du kannst nicht einfach mit mir vorbeifahren. Stopp! Ah. Guck mal, wer da drin sitzt. Hä? Achso, das war... Ach klar, das Krankenwagen. Äh, äh, äh. Quatsch, Krankenhausmitarbeiter. Nein, der Bus ist weg. Ich find das zum Kotzen, wenn wir so nicht vernünftig erklärt sind. Oh! Haha! Bin ich jetzt bei den Kolumbianern? Was ist das? Was ist das? Und dann geht es jetzt. Nein, der Ton hat... Wichtig ist, denn die in den Tränen sind. Du kannst nicht mehr in den Kuchen kommen. Wichtig ist, dass du mehr vorlos steigst, Das ist doch schwierig. Ah, siehste, wusste ich's doch. Ja, was geht mit euch? Ich sitze in so einem Auto von euch. Lasst mich gefälligst zufrieden. Äh, das ist nicht euer Ernst. Ja, das ist ein Anges. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ganz einfach, Leute. Damit ein bisschen Abwechslung dabei ist. Und, weil es so schön aussieht. Headshot! So. Was? Wer? Wo? Oh oh. Das ging in die Eier. Entschuldigung. So was ist fies. Entspann dich Junge, ja. Ich hab dir nichts getan. Oh no's. Oh ich hab leichten Zitterer. Ich bin total aufgeregt. So. War's das jetzt? Oder kommt ihr jetzt aus... Oh ich hab nur noch 11 HP. Was ist denn wenn ich jetzt wieder wegfahre? Ja, steht ein Auto drin. Ich glaub nicht, dass sich das Tor wieder schließt. Ähm, wo krieg ich ein HP her? Wenn die mir die Karre anzünden, ist auch nicht gut. Scheiße, wo ist denn hier das Krankenhaus? Wo war denn das jetzt? Ich brauche HP, sonst packe ich den Auftrag nicht. Ähm, hier war bloß das Päckchen. Mein Gott, mein Gedächtnis. Ähm. Ja gut. Das ist falsch. Wir müssen irgendwie da oben drauf auf die Straße. Weil hier irgendwo doch auch das Armeelager ist. Und da in der Nähe ist das Krankenhaus. Da bin ich mir 1000% sicher. Ja. hier genau da jetzt gerade aus. Tja. Das ist meine Erinnerungsvermögen doch nicht so arsch. Oh no's. Nein, 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 nein. Raus, raus, raus. Weeg. Fuck, man. Was ne Scheißaktion. Komm schnell ey, bevor sie mich über den Haufen blasen. Yeah. So. Jetzt brauche ich ne neue Karre. Oh nein, ich muss mir jetzt erst wieder von denen eine klauen. Und es regnet. Das ist ja schön. Ich hoffe, dass die Gegner nicht respawn werden, während wir jetzt rumeiern. Die haben ganz schön heftige Waffen. Also Irgendwie ein bisschen zu heftig. Die stecken meine Karre immer relativ schnell in Brand. Ja, 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 ja. Na toll. Das ist ja jetzt lustig. Das heißt, ich brauche jetzt erst wieder so ne dreckige Karre. Okay, dann gucken wir mal. Hier muss doch irgendwo einer rumfahren. Ich meine, wir sind doch hier bei denen ihrer Basis oder sowas irgendwelche. Das muss doch irgendwo zu finden sein. So. Warum an die andere Karre her? Hab ich halt auch vergessen. Ähm. Irgendwie sieht's ja nicht so aus. Nee, das ist auch keiner. Scheiße. Dass wir die Karre jetzt verloren haben, war sehr kontraproduktiv. Tja. Dann suchen wir halt jetzt mal. Mir bleibt ja auch nichts anderes sucht. Ach, Mann. Gibt mir ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Start. Steht vielleicht hinten meins? Oh, hier hinten ist mal wieder nichts. Mann. Wo krieg ich jetzt so ne scheiß Karre her? Ist doch langweilig. Mal rumfahren. Ich meine, wir könnten hier eine Sightseeing-Tour draus machen, solange bis wir empfinden. Hier rechts. Wunderschön. Die Überreste. Entschuldigung, dass ich das Programm unterbreche, aber ich habe ein Fahrzeug gefunden, welches unseren Vorstellungen entspricht. Raus, du Wichser. Oh, Junge. Jetzt mach halblang. Guck mal, wie du aussiehst. Ich verstehe das nicht. Die ballern auf ihre eigenen Kamm. Das ist doch unlogisch. Was? Oh. Oh, oh. Oh, Alter, das macht mich total wuschig. Hallo, ich treff die durch die Tore. Jo. Und jetzt? Brauche ich noch ne Kache oder was? Ach, guck mal. Ähm, was war denn das jetzt? Ich hab nur noch drei Schuss, ich muss aufpassen. Ja, was soll denn das hier? Ich bin auf dem Punkt und... Und man kann mit dem Ding nicht mal mehr springen. Oh, ach so, ich muss erst alle Tore drauf machen. Oh, Leute. Ach, guck mal. Servus. Hier war ja nix, ne? Ne. Hä, cool. Der ist nicht verreckt. Was ist denn das für'n Geräusch? Ich mach mir irgendwie Sorgen... ...dass wir gleich tierisch Stress bekommen. Komm, steig ein, Opi. Okay, einfach... ...straight ohne anhalten oder sonstigem. Also... Ups, seitdem das muss sein. Okay, das heißt, das HP holen war eigentlich auch nicht jetzt so notwendig. Leider. Das heißt, ich bin einmal komplett umsonst... Naja. Egal, wir haben schöne Monumente gesehen. Absolut... ...also, je nachdem, wenn ihr fotografiert habt, selbstverständlich... ...wunderschön. Alles... ...schön in euer Online-Fotoalbum kleben. So. Und dann hat die ganze Familie etwas davon. Hey, cool. Wenn alle Aufträge von dem so sind... ...nice. Oh. Okay. 40.000? Ja. Kann sich sehen lassen. Angenehmer Geschäftspartner. Ähm, wenn wir schon hier sind... ...ich geh gleich mal noch... ...zu unserem Armeefreund. Äh, rechts, links. Mal schauen. Ähm. Natürlich falsch. Achso, sind wir hier eh falsch. Und hier ist es einfach nur so grün. Ich weiß nicht genau. Schmäh ist es nicht. Nein, wir sind hier vorfällt. Ja. Dann das übliche Spiel. Wir fangen erst mal heim. Und speichern ab. Toll. Schmerz. Untertitelung. Vielen Dank.